Hallo Leute, ich bin LegenKiller und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen Elder Squalls Online Tutorial. Im heutigen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr mehr Inventarplätze bekommt. Wie ihr sehen könnt habe ich 90 und standardmäßig sind meiner Meinung nach 60 oder 70, das heißt ich habe es schon ein paar mal erweitert. Und wie ihr mehr Inventarplätze bekommt, dafür geht ihr hier oben rechts in die Anfangsstadt, also je nachdem in welchem Bereich ihr glaube ich seid, ist die Anfangsstadt woanders. Aber auf jeden Fall müsst ihr in eure Anfangsstadt gehen und dann geht ihr einfach hier wo ihr guckt, wo die ganzen Händler sind. In meinem Fall ist es jetzt hier oben, ihr geht einfach hier durch das Tor, durch dass ihr in die Anfangsstadt kommt und dann habt ihr links die ganzen Händler wo ihr eure leichte Rüstung, schwere Rüstung, Waffen und so kaufen könnt. Zu denen müssen wir aber nicht, wir müssen hier rechts rum zu den zwei Händlern oder zu den drei Händlern und wir gehen einfach an den zwei Händlern hier vorbei, zu dem Typen hier hinten, der hier so uns schön herbei winkt. Und dann könnt ihr gucken, hier steht auch echte boah, keine Ahnung Taschen. Und dann müsst ihr einfach nur mit dem Typen reden. Dann drückt ihr drauf, ich würde gerne mehr tragen können. Und wie ihr sehen könnt, könnt ihr dann hier euren Inventarplatz erweitern. Und ja, beim ersten Mal zahlt ihr noch 400 Gold meine ich, beim zweiten Mal schon irgendwann mit 2000. Und beim dritten Mal zahlt ihr dann 5900 Gold und jedes Mal, wenn ihr euch das kauft, könnt ihr 10 mehr tragen. Ich habe es glaube ich jetzt dreimal erweitert, also beim ersten Mal 400, beim zweiten Mal, boah, ich weiß gar nicht, ich meine irgendwas mit 2000. Beim letzten Mal habe ich 5900 gezahlt und jetzt müsste ich schon 11000 zahlen, um dann 10 Inventarplätze mehr zu haben. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und danke fürs Zusehen. Ciao.